Ja, es ist endlich soweit, MarshalCatDark wird genervt nach all den Jahren, die Passive, was wird geändert? Oh. So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der heiß ersehnte Balancing Patch, auf den wir irgendwie schon seit, ehrlich gesagt, Monaten oder Wochen warten, ist endlich da. Ich habe mir schon mal ein bisschen im Vorherwerk angeschaut und wir werden in dem Video durchgehen, was wird alles genervt, was wird gebuft, was sind die Änderungen und auch teilweise, was ich davon halte. Deswegen ist es nicht nur einfach ein Vorgelesen, so ist es fertig, sondern ich sage auch, ob ich es gut finde oder schlecht finde und Ähnliches. Deswegen, der neue Balancing Patch ist da. An Mio wurde nichts Nennenswertes geändert, um vielleicht mal kurz da gleich hinzuspringen, bevor wir alles durchgehen. Ist, ähm, ich zeige die Patch Notes auf Englisch, ja, aus dem Grund, weil die englischen Patch Notes bei weitem nicht so Übersetzungsfehler mäßig lastig sind, wie die deutschen. Ja, deswegen, äh, in der Vergangenheit war es einfach so, dass sehr häufig die deutschen Patch Notes einfach falsch übersetzt worden sind. Im Englischen gab es das auch, aber bei weitem nicht so oft. Deswegen, wer, wem das stört, dass es auf Englisch ist, kann jetzt abschalten. Die, die es nicht stört, können gerne weiterschauen. Kurz zu der Änderung von der Marshall Cat, also von Mio. Ähm, hier steht, dass praktisch ein, äh, Problem, sag ich mal, ähm, behoben worden ist mit der Passive, wo es ursprünglich so war, dass, äh, die Passive unter bestimmten Voraussetzungen oder Kriterien nicht, äh, aktiviert worden ist. Ähm, falls ihr jetzt wissen wollt, was das genau war, ähm, ich persönlich wusste es selber auch nicht, aber ich habe mich ein bisschen informiert und wirklich in der Tat nachgelesen. Anscheinend gab es ein Bug bei Mio, dass, ähm, wenn wir Mio mit Multi-Hits angreifen, also mit Monstern, die mit einer Fähigkeit mehrmals treffen, war es anscheinend komplett egal, ob der Non-Krit gleich am Anfang kommt oder am Ende. Deswegen, wenn der, der Todesstoß praktisch selbst ein, äh, Crit war, obwohl davor von dieser Multi-Hit-Fähigkeit keine Crits waren, ist Mio trotzdem gestorben. Und es darf ja eigentlich nicht sein, weil eigentlich ja der entscheidende Hit, der Mio praktisch tötet, das müsste eigentlich ein, äh, Non-Krit sein, ja, also kein Crit, deswegen ein ganz normaler Hit. Ähm, und das war anscheinend ein Bug, unter anderem, was da behoben worden ist. Aber, wir verlieren schon wieder viel zu viel Zeit und es gibt einiges zu erzählen, denn, ähm, Beast Rider bekommen Änderungen. Und zwar, alle Beast Rider, ähm, bekommen folgende Änderungen, dass die Buffs und Debuffs weiterhin auf dem Monster bestehen bleiben, wenn sie praktisch von ihrem Reittier runtergestoßen werden, wenn sie praktisch das erste Mal gekillt werden. Ist es ein Buff oder ein Nerf? Ich finde, ich bin sehr tief zwiegespalten. Einerseits ist es gut, falls zum Beispiel der Beast Rider einen Attack-Speed-Buff hat oder einen Attack-Buff oder ähnliches. Ich persönlich empfinde es in der Tat ein starker Nerf, aus dem Grund, weil eben auch, äh, Defense-Break oder vor allem auch Stunts weiterhin bestehen bleiben, denn ein Stunt ist auch ein harmvoller Effekt. Das bedeutet, wenn ich den Beast Rider stanne und ich haue ihn in der Stunt-Phase von dem Mount runter, ist er weiter gestunt. Deswegen, das hier kann man zweideutig sehen. Ich persönlich finde es ein Nerf und ich muss gestehen, ich finde es gut. Ich finde, die Beast Rider sind echt so krass OP. Vor allem Wasser und Wind sind echt crazy. Deswegen freut es mich persönlich, äh, umso mehr, dass Comptors da zumindest ein bisschen was gemacht hat. Deswegen, das ist der erste Teil. Das zweite, der Beast Rider in Wasser, ähm, hatte ursprünglich einen Defense-Ignore mit 35%, was, ähm, auch stackbar war, je nachdem, wie viele, ähm, Buffs man mit dieser Fähigkeit entfernt hat. Das wurde jetzt auf 25% reduziert, ähm, von ursprünglich 35% pro, äh, weggemachten Buff. Finde ich ebenfalls sehr gut, muss ich gestehen, weil der Schaden echt crazy ist, muss ich gestehen. Beast Rider Wind, ähm, und das, ähm, ist ebenfalls ein Nerf, meines Erachtens, oder nicht meines Erachtens, sondern ist einfach ein Nerf. Und zwar war es ursprünglich so, dass die letzte Fähigkeit vom Beast Rider Wind, ähm, setzt die Attack Bar auf 0, ähm, wenn der Attack Speed vom Gegner weniger ist, als der Attack Speed von dem Beast Rider. Und da man die Beast Rider meistens auf sehr viel Speed baut, ist das eigentlich nahezu immer der Fall gewesen. Und anstatt jetzt die Attack Bar komplett auf 0 zu setzen, wird die Attack Bar in Anführungsstrichen nur, ähm, ähm, um 75% reduziert ist eben. Deswegen ebenfalls hier in den kleiner, äh, oder eigentlich schon relativ starker Nerf, muss ich gestehen. Denn man sieht inzwischen Savannah wirklich auch sehr häufig in Siege Battle Deaths oder auch Arena Deaths, wo zum Beispiel eine Clara und eine Savannah drin ist. Das heißt, erst kommt die Clara, stript, stunt, dann kommt Savannah, macht die Attack Bar auf 0 und man hat praktisch einen kompletten Zug dadurch gewonnen. Und jetzt ist es nur noch ein, in Anführungsstrichen, Dreiviertel der Zug im besten Fall, ja. Ähm, deswegen ebenfalls meines Erachtens, äh, ein Nerf, den ich aber in der Tat angebracht finde, weil ich finde, Wind Beast Rider ist echt sick. Nächstes Monster, Ninja Dark, ähm, bekommt meines Erachtens ebenfalls einen sehr starken Buff. Und zwar, erstens wird die Fähigkeit Simple Solution ist statt einem Triple Hit ein Vierer Hit. Der Damage letztendlich wird nicht geändert, aber ich finde in der Tat, eine Fähigkeit, die mehr Hits hat, ist besser als eine Fähigkeit, die wenig Hits hat. In den meisten Fällen, nicht immer, ja, zum Beispiel gegen Ragdolls oder so weiter, aber ich sehe das vor allem so gegen Monster wie, ähm, zum Beispiel Garos oder wie zum Beispiel gegen Laikas oder ähnliches. Also Monster, die praktisch mehrere Hits brauchen, damit sie sterben, ja, deswegen finde ich in der Tat persönlich vier Hits besser als drei. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass die Fähigkeit ursprünglich ja auch schon, ähm, einen Effekt hatte, dass die Attack Bar um 30% für jeden Crit, äh, von diesem Hit um 30% erhöht wird. Und somit wurde es hier zwar jetzt genervt auf 25% pro Hit, allerdings sind es, äh, ist es ein Hit mehr, ja. Was zusätzlich noch dazu kommt, was eigentlich das mit Abstand relevanteste ist, finde ich, ist, dass er jetzt auch noch einen, äh, Defense Break bekommt, für zwei Züge mit einer 50%igen, äh, Chance ohne Skill-Ups. Ähm, Dark Ninja war jetzt in der Tat nicht schlecht, hatte schon ein wirklich sehr gutes Turncycling im Ursprung integriert, plus ich meine, er hat sogar ein Speeded für Dark Element, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube. Ähm, und jetzt zusätzlich zu dem sehr starken Turncycling, sehr viel Attack Bar Absorb, beziehungsweise Attack Bar Increase, nicht Absorb, sorry, ähm, und noch den integrierten Death Break, ähm, finde ich ziemlich nice. Sky Dancer Dark, und das finde ich in der Tat richtig, richtig cool. Also, ich persönlich finde, Dark Sky Dancer ist sehr gut, ist meine Meinung. Sehr viele Leute sagen, oh, die ist kacke, bla bla bla. Ich finde, sie ist richtig gut in einer Arena Offensive, wegen dem Speed Lead, mit zum Beispiel, ähm, Dark Sky Dancer, Bernard Double Lusion. Das heißt, ich habe Double Lusion, den Damage von Double Lusion, habe aber auch den Speed und den fetten Attack Bar Boost von Bernard, mit Speed Lead. Klar, kann er 33, wie er im Samus zum Beispiel, aber ich glaube, in einer sagt es 28, plus ich kann aber Double Lusion spielen, deswegen, ich persönlich finde die ziemlich gut. Ja, ähm, vorher war es so, dass die, ähm, Fähigkeit, ich glaube, die zweite Fähigkeit ist es, dass die zweite Fähigkeit Attack Buff gibt, für drei Züge, fürs gesamte Team, und außerdem die Heilung abhängig von ihrem Attack Power Wert ist. Was insofern nicht schlecht war, weil letzte Fähigkeit echt guten Schaden machen konnte, oder immer noch machen kann, und man sie deswegen sehr Attack-lastig auch gespielt hat. Weshalb die Änderung in der Tat anfänglich wie ein Nerf klingt, ich aber in der Tat keinen Nerf finde, sondern einen Buff. Denn, was jetzt ist, ist, dass die HP von allen verbindeten Monstern wird um 20% von der HP von dem Sky Dancer geheilt. Geheilt, also genau wie auch die zweite von Jasun. Das heißt, kein Attack Scaling mehr. Außerdem ist der Attack Buff nur für zwei Züge statt drei Züge. Bis jetzt klingt alles ziemlich schlecht, aber, die Schwierigkeit geht noch weiter, deswegen, was zusätzlich passiert, ist, dass die Attack Bar von allen verbündeten Monstern, die volle HP haben, um 15% erhöht werden. Deswegen, sie hat nicht mehr jetzt diesen Vorteil, man baut sie sehr Attack-lastig und sie heilt dann viel und sie macht gut Schaden, sondern sie ist halt ein bisschen zwiegespalten, weil sie einerseits Attack haben sollte für die letzte Fähigkeit, aber auch HP wegen der zweiten und so weiter. Aber für diesen einen, für mich ehrlich gesagt auch einzigen Einsatzort, nämlich vor allem Arena Offensive, ist das der, in Anführungsstrichen, perfekte Buff. Denn, erstens, brauchen wir keine drei Züge Attack Buff für eine Arena Offensive. Und zweitens ist das Attack Scaling jetzt nicht so mega wichtig für diese Heilung, weil die Heilung in dieser Offensive nicht relevant ist. Deswegen, was wir stattdessen bekommen, ist zusätzlich zu dem Attack Bar Boost von Bernhard in der Offensive nochmals 15% für unsere Lutions in der Arena Offensive. Das heißt, wir können Double Lution spielen mit sehr starkem Outspeed Potential und außerdem sehr viel Attack Bar Boost und je mehr Attack Bar Boost wir haben, desto weniger Speed brauchen die Lutions in der Arena Offensive, um gespeed-tuned zu sein. Und desto mehr können wir dort einfach Schaden pushen. Deswegen, meines Erachtens, wirklich ein Buff und kein Nerf. Nächstes Monster, ebenfalls meines Erachtens ziemlich nice, ich würde sogar fast schon in Anführungsstrichen von so einer kleinen Mini-Hether sprechen, nämlich der Monkey King in Light Attribute. Und zwar, Giant Net ist ein AOE, der, ich meine, die Monster, glaube ich, zum Sleepen bringt, wenn mich nicht alles täuscht. Sleep oder Stun, eins von beiden. Plus zusätzlich, was jetzt passiert, ist, dass die Attack Bar von den Gegnern, die wir angreifen, und das ist, wie gesagt, ein AOE mit der Fähigkeit, um 50% pro harmful Effekt, also pro Debuff reduzieren. Das heißt, wenn wir Monster angreifen, die zwei Debuffs haben, und wir machen die Fähigkeit Giant Net, können wir praktisch AOE-mäßig Attack Bar auf Null reduzieren. Noch dazu ist der Monkey vom Light Attribute, das heißt, wir können nicht glänzen, zumindest nicht in den normalen Fällen. Deswegen in der Tat, finde ich ziemlich starken Buff, muss ich gestehen. Ja, deswegen sage ich so in Anführungsstrichen Mini-Hether. Übrigens an Hether, Gany, seit Season 1, okay, naja, nicht ganz seit Season 1, aber es gab mal einen Hether-Nerf und es gab auch diverse Gany-Nerfs, ja, aber Hether ist hier in diesem Balancing-Patch nichts zu sehen. Monkey King Water bekommt statt 4 Hits 6 Hits, was ich auch wieder gut finde, aus dem selben Grund wie auch schon bei dem Dark Ninja, eben vor allem gegen Laikas und so weiter. Plus, wir bekommen ein sage und schreibe Damage Boost von 2%. Monkey King Fire, und das finde ich sehr nice, deswegen der Monkey Fire King, der Wind Monkey King und der Dark Monkey King bekommen alle auf der zweiten Fähigkeit, was den Defense Break macht, ein cooler Reduce. Das heißt, statt 4 Züge hat die Fähigkeit jetzt nur noch 3 Züge, was ich in der Tat ziemlich nice finde, vor allem für den Fire Monkey King, weil ich ihn jetzt nicht so megamäßig stark finde. Deswegen, ähm, auch er bekommt hier ebenfalls den Coolen auf 3 Züge reduziert. Demon Fire bekommt einfach nur auf der Fähigkeit Flames of Hell den Damage Input von 8% mehr, ist jetzt nicht so nennenswert, sage ich jetzt mal. Was in der Tat richtig nennenswert ist, ist Poseidon. Der Sea Emperor Water mit seinem Maelstrom, ähm, das ist die Fähigkeit, die, ähm, ein AOE ist, die Attackbar auf 0 reduzieren kann. Und das krasse jetzt an der Fähigkeit ist, dass diese Fähigkeit nicht glänzen kann. Das heißt, wenn wir irgendwelche Glance Debuffs haben, das heißt, wenn wir im Element Nachteil sind, wir können nicht glänzen. Das heißt, es ist ein wirklich sehr safer Attackbar Reduce auf 0. Und das krasse ist, das ist inzwischen schon fast nahezu in Folge der dritte Buff inzwischen von Poseidon. Das ist echt krass, das Monster wird gebufft, 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 gebufft und wird trotzdem nicht gespielt. Aber, äh, fettende Attack-Lead wurde vom HP-Type-Monster in Attack-Type-Monster umgewandelt. Ähm, die zweite Fähigkeit, ähm, hält länger, beziehungsweise kann auch irgendeine Fähigkeit kann auch Attack-Speed Slow machen seit den letzten Patches. Jetzt kann sie die Fähigkeit nicht glänzen, also er wird immer stärker, immer stärker, immer stärker, ist echt krass. Beast-Monk, Wind. Ähm, Ritesh ist in der Tat derzeit in der Meta, was so Siege-Bad-GK angeht, meines Erachtens zumindest im G3-Siege wirklich sehr hart gedroppt. Man sieht nur noch Mios und Lawrence und Beast Rider und so weiter. Deswegen, ähm, finde ich es gut, dass er hier einen kleinen Buff bekommt. Nämlich, dass sein, äh, Defense-Break statt einer 50-prozentigen Chance eine 75-prozentige Chance hat. Ebenfalls bei Chandra, Kuma und, ähm, ähm, nicht bei Chandra, bei, bei Kuma, Ritesh und, ich glaube Shazam heißt der Light-Beast-Monk, wurde Meditate geändert. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das von Comptors wirklich so gewollt ist, denn die Fähigkeit Meditate war ursprünglich so, dass das Monster, ähm, was derzeit weniger Leben hat, oder ich meine sogar, es gibt irgendeine Spanne, ich müsste mir die Fähigkeit nochmal genau durchlesen, ich meine irgendwas unter 50% oder so, wird das Monster geheilt. Also wenn es praktisch, man kann mit, mit Retash zum Beispiel auch andere Monster heilen, nicht nur sich selber. Ja, also die Heilung geht automatisch auf das Monster, was ich meine weniger Leben hat. Ich müsste nochmal genau nachlesen. Auf jeden Fall, was hier der Fall ist, ist, dass alle Debuffs von, die, von unserem Beast-Monk entfernt werden und dann kommt die Heilung. Deswegen, wie hier steht, removes all harmful effects granted on yourself. Wenn es jetzt nämlich so wäre, weil hier steht ja auch dann in den Klammern geschrieben, dass erst geklenzt wird und dann wird geheilt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Theo habe und der Theo, der ist gerade geheelblockt und ist fast tot und ich mache die Fähigkeit Meditate, dann ist es so, Theo, also der Retash glänzt sich selber, was halt ihm gar nichts bringt und heilt den Theo, der nicht geht, weil er geheelblockt ist. Deswegen komplett useless. Deswegen, ich vermute ehrlich gesagt, weil das würde eigentlich nur so Sinn machen, vor allem, weil es eben erst recht in Klammern danach noch steht, ist für mich, dass praktisch mit diesem Granded on Yourself gemeint ist, das Monster, was durch die Fähigkeit auch geheilt wird, weil sonst, finde ich, ist es irgendwie nicht so, wie es sein soll, meines Erachtens. Das müsste man jetzt mal testen. Ich vermute, es ist so. Deswegen, wenn es so ist, mit dem Cleanse und Heilung, in der Tat auch einen Buff hier für die Beast-Monks. Dann haben wir den guten Tessa und das freut mich auch, dass der einen Buff bekommen hat, weil man spielt ihn hauptsächlich wirklich nur so als Oblivion-Monster, braucht, wenn er gut sein soll, auf dem Hybrid-Bild echt gute Runen und der bekommt jetzt zusätzlich als passiven Effekt noch hinzugefügt, dass der gesamte Schaden von allen Gegner reduziert wird um 30%, wenn sie keine Debuffs haben. Das heißt, im PvP, wenn man nicht unbedingt den First Turn kriegt, der Gegner kommt erst dran, hat deswegen keine Debuffs, hat das gesamte Team, beziehungsweise momentan, decrease the damage damage from enemies. Das ist die gute Frage, ob es AOE misst oder nur auf sich selber. Ich persönlich würde sagen, es ist ein AOE-Effekt. Deswegen wird der gesamte Schaden reduziert, was übrigens auch ziemlich, ziemlich nice ist, im Rift. Das heißt, im Rift, in der Phase, wo wir nicht den fetten Schaden machen können, können wir auch keine Debuffs auf den Boss machen. Deswegen, da haben wir dauerhaft diesen Passive-Effekt am Laufen, was ziemlich nice ist, vor allem in Windrift, weil es Windrift relativ, ja, heilerlastig ist und wir noch dazu Elementvorteil haben, mehr Damage haben dadurch, unter anderem Tanky-mäßiger sind, die zweite Fähigkeit hat einen Defense Break und außerdem ist Tessa in der Tat auch noch ziemlich nice im Rift, weil er auf der letzten Fähigkeit nämlich auch diese Passive hat, dass er aufgrund von der Anzahl der Debuffs, die eben dann in der Groggy Stage drauf sind, mehr Schaden macht. Deswegen, Tessa-Buff finde ich persönlich sehr nice. Next one! Und das ist einer der Überraschungen dieses Balancing-Patches, nämlich der gute Wasser-Joker bekommt einen Buff. Ursprüngliche Fähigkeit war so wie bei Lucian, wo er eine AOE macht und dann Random-Effekts einfach verteilt zwischen Stun, Attack-Speed-Slow und so weiter. Und jetzt ist es so, das finde ich sehr interessant, wird es einfach komplett geändert und ist jetzt eine Bombe. Und zwar mit der zweiten Fähigkeit platzieren wir auf allen Gegnern eine Bombe, die nach zwei Zügen hochgeht und außerdem ist es so, dass diese Fähigkeit 50% mehr Accuracy bekommt. Das heißt, wir müssen praktisch weniger Treffer-Chance auf dem Monster bauen. Und was ich an dem Wasser-Joker so geil finde, ihr habt es vielleicht erst am Stream in mir gesehen, ich habe im G3-Siege ganz oft einen Level, also einen 4-Sterne-erweckten Level-1er ungeruhnten Wasser-Joker gespielt gegen die Galleon-Clara-Yen-Kombi. Denn die Yen klatscht den gesamten Schaden in den Wasser-Joker rein, fängt den gesamten Schaden ab, wird revived mit einer Unbesiegbarkeit und die Yen kann 50-mal proggen, der stirbt nicht. Und das Krasse dabei jetzt ist, dass er somit durch diese Unbesiegbarkeit, die er danach bekommt, automatisch eigentlich immer seinen Zug bekommt, irgendwann für oder später, und dann immer diese Bomben rauskriegt. Was vor allem sehr gut ist gegen auch diverse Deaths in der aktuellen Meta-Zwecks-Mios. Das heißt, Mio ist sehr anfällig gegen Bomben und wir haben hier ein Monster, was wirklich mit einer eigentlich 100%igen Chance die Bomben rauskriegt, was ziemlich nice ist. Wir verzichten komplett auf HP und so weiter, wir gehen voll Glass Cannon Attack und können dann mit dem Wasser-Joker die Mio killen. Deswegen sehr geiler Buff meines Erachtens hier beim Wasser-Joker. Dann haben wir als nächstes die Mermaids, da wurde auch einiges geändert. Die Wind-Mermaid ist in Anführungsstrichen so eine Mini-Segmeth, in Anführungsstrichen, mit der Fähigkeit, wo sie ursprünglich einen Defense Break machen kann und den Cooldown von dem Ziel erhöhen kann und zwei Züge, wurde jetzt die Chance auf 50 auf 80% erhöht, was ziemlich nice ist. Dann bei Wasser, Wind und Light war ursprünglich die zweite Fähigkeit, was ein Shield gegeben hat, ursprünglich von der Höhe des Shields abhängig von dem Level des Monsters und jetzt ist es abhängig von dem HP-Wert von dem Monster. Ich finde es ganz lustig, hier steht Max HP of the Monster that uses the skill und nicht praktisch von dem Monster, sondern das Monster, was die Fähigkeit gemacht hat, nach dem Motto, das kann ja nur die Mermaids sein. Deswegen finde ich ganz lustig geschrieben. Auf jeden Fall finde ich das in der Tat einen doch etwas stärkeren Buff, denn die Mermaids haben auf der ersten Fähigkeit nämlich auch ein Max HP Scaling und ich meine das zumindest zum Teil, nicht bei allen von denen, aber bei ein oder zwei skaliert diese passive Heilung auch mit dem maximalen Leben, nicht bei allen, aber bei manchen. Deswegen, wir bauen viel Leben, haben damit auf der ersten Fähigkeit mehr Damage, haben dadurch mehr Heilung und noch ein höheres Shield. Deswegen finde ich persönlich ziemlich nice, das ist vor allem für Tetra, die ja wirklich sehr häufig gespielt wird. Mermaids, Fire und Dark bekommen einen kleinen Buff auf dem Revive, nämlich, dass wenn ein Monster wiederbelebt wird, dass dann das wiederbelegte Monster zusätzlich mit 30% attackbar wiederbelebt wird, was insofern ziemlich nice ist, dass nachdem das Monster wiederbelebt wird und natürlich dann auch relativ wenig Leben hat, Mermaids nicht schnell seinen Zug wiederkriegt, bevor es wieder stirbt. Mermaids Light bekommt außerdem auch noch einen kleinen Buff, deswegen sind es eigentlich fast nur Buffs, es ist eigentlich so gut wie kein Nerf, außer bei Beast Rider, ansonsten fast nur Buffs, Buffs, Buffs. Deswegen auch hier die Heilung von der Passive und wie gesagt, wie ich euch gerade gesagt habe, es gibt Mermaids, die skalieren auf dem Max-Spiel von der Heilung und ich meine, dass Light Mermaid davon eins ist, statt 10% wird pro Runde 25% geheilt. Als nächstes wurden bei den Snipern auch hier und da ein bisschen was geändert, wo ich hingegen in der Tat sagen muss, ich finde sie trotzdem immer noch schlecht. Ich finde trotzdem immer noch nur Water ziemlich geil und Light, ansonsten ich finde die anderen nach wie vor trotz diesen neuen Buffs weiterhin nicht wirklich lohnenswert zu bauen, meines Erachtens. Alle Sniper bekommen grundsätzlich 10% mehr Damage. Das ist schon mal das Erste. Dann, Fire, Wind und Dark Sniper bekommen auf der Fähigkeit Hidden Aim ein Cooler Reduce von 1. Das bedeutet, dass statt 6 Züge die Fähigkeit nur noch 5 Züge hat. Meines Erachtens dennoch einfach zu lange. Deswegen, wenn es auf 4 Züge wäre, würde ich überlegen, vielleicht das mal wirklich anzugehen und zu bauen, aber selbst 5 Züge ist mir einfach zu viel, meines Erachtens. Sniper Fire und da muss ich gestehen, auch wenn es eigentlich vermutlich von Comptors als Buff gedacht ist, ich finde es ist ein Nerf. Und zwar, ursprünglich konnte der Fire Sniper, hatte er eine Passive, wo er ein Defense Break randommäßig, also per Zufall, auf ein Ziel macht. Und das finde ich insofern ziemlich gut, weil dann das einfach gefährlicher ist, weil der Gegner nicht weiß, oh, wo geht denn der Death Break hin, ähnlich wie bei Orion, wo man nicht abschätzen kann, oh, wo geht der hin, ja. Deswegen, fand ich das vorher besser, denn was jetzt passiert ist, dass einfach der Defense Break nicht mehr random ist, sondern auf das Monster mit dem wenigsten Leben automatisch geht. Und somit praktisch vorhersehbar ist für den Gegner, wo der Defense Break hingeht. Deswegen, meines Erachtens ist es in der Tat ein Nerf, weil ich ein Random Death Break viel gefährlicher finde. Sniper Wind, der ist recht interessant, muss ich gestehen. Ich finde, der Wind Sniper ist der aller schlechteste von allen. Dennoch, jetzt mit der Passive bekommt er einen Boost, dass der Attack Bar statt 50% 100% ist, das heißt praktisch, danach gleich nochmal einen neuen Zug bekommt. Ist dann somit ein ganz guter Wind Single Target Nuker, aber ich finde zum Beispiel Monster wie Bark, das heißt, der Wind Pirate Captain auch Wind Single Target Nuker mit integriertem Death Break und Attack Bar Reduce finde ich besser. Ist meine Meinung. Sniper Dark, der ist recht interessant und zwar bekommt er auch auf der Reloading Passive einen Effekt hinzugefügt, dass wenn wir mit dieser Fähigkeit, oder wenn wir einen Monster killen generell, bekommen wir 50% Attack Bar dazu, was ihm so gesehen ein schönes Turn Cycling ermöglicht, aber ich trotzdem einfach von ihm kein Fan bin, muss ich gestehen. Magic Night Fire. Manful Fire, das ist die Passive, bekommt einen 50% Damage Boost von 50 auf 100 und außerdem, ich meine, es war aber vorhin auch schon so, dass der Attack Speed erhöht wird, je weniger Leben wir praktisch nicht insgesamt haben, sondern praktisch prozentual derzeit zur Verfügung haben, also nicht, wir bauen praktisch HP ganz wenig, sondern es geht davon, wie viel Schaden wir bekommen. Ich meine, es war vorhin auch schon so, deswegen ist ganz nett, der Buff, dass er halt da in der Hinsicht ein bisschen mehr Schaden macht und auch wie gesagt mit dieser Passive integriert, dass wir mehr Attack Speed bekommen, vielleicht eine Idee irgendwie fürs Windriff, weil wir da auch Elementvorteil haben, könnte man überlegen. Was hingegen meines Sachtens echt ziemlich stark ist, ist das nächste Monster, nämlich der Magic Knight von Wind Attribute. Ursprünglich hatte Tempest Sword die Fähigkeit, dass die Attack Bar um 30% mit jedem Hit reduziert wird und jetzt ist es so, dass wir dreimal angreifen und zwar der erste, ich meine, es sind dreimal, korrigiert mich in den Kommentar-Section, wenn es falsch ist, meines Sachtens ist es so, er greift dreimal an, der erste Hit macht einen Attack Bar Reduce um 30% mit dem ersten und zweiten Hit und der dritte Hit anschließend macht einen Attack Bar um 30% auf alle Gegner. Also Single Target mäßig 60% und dann on top nochmal AOE mäßig nochmal 30% ist sehr nice. Deswegen vor allem für TUA finde ich den ziemlich nice, weil er nämlich auch eine Fähigkeit hat, die auf die maximalen Leben des Gegners skaliert, weshalb es sehr gut ist bei TUA, TUA Hard, wo die Monster sehr viel Leben haben. Als nächstes haben die Dryads einen Buff bekommen und auch dort haben die nächsten zwei meines Erachtens wirklich ordentlich was bekommen, denn Water Dryad ist einer der, ich glaube es gibt nur drei, inzwischen jetzt vier, äh, Monster, die im gesamten Game den sogenannten Oblivion-Effekt haben, das heißt einen Effekt haben, der passive ignorieren kann, oder besser gesagt blockieren kann, nicht ignorieren, ignorieren kann zum Beispiel Light Art Master, deswegen ich sage eher blockieren, ja. Ansonsten konnte aber Wasser Dryad nicht wirklich was. Es war halt nur dafür da, ja, wir machen halt irgendwie einen Oblivion auf den Perna und das war's. Jetzt bekommen wir aber auf der Fähigkeit auch noch einen Drei-Züge-Defense-Break, was in der Tat das Kit von der einfach besser macht und auch Debuffs ins Team bringt, die wirklich, äh, sinnvoll sind, zusätzlich zum Oblivion-Effekt, deswegen finde ich den Buff in der Tat ziemlich gut. Auf Wind Riot war's ursprünglich auch so, dass sie eine Passive, ähm, hat, dass sie mit jedem Attack, ähm, wenn das Monster bereits einen Dot hat, zusätzlich einen Dot macht für einen Zug, und das wurde jetzt erhöht, dass dieser zusätzliche Dot, der gemacht wird, sogar zwei Züge hält, deswegen Wind Riot absolute Dot-Maschine, sehr nice für irgendwelche Cleave-Teams, die auf Dots, äh, basieren, zum Beispiel Asaima oder irgendwie sowas oder Amir oder ansonsten ebenfalls auch sehr nice für TOA, TOA-Heart. Die Gargoyles haben ebenfalls ordentliche Buffs bekommen, alle Gargoyles bekommen aus, auf der ersten Fähigkeit meines Erachtens, ähm, müsste das sein, ein Stun. Das ist insofern ziemlich nice, denn die erste Fähigkeit ist bei den Gargoyles außerdem so, dass jedes Mal, wenn die erste Fähigkeit gemacht wird, stacken sie sich einen, ich meine, Defense Buff oder HP, aber ich glaube, Defense Buff nach oben, was bis zu, ich glaube, fünfmal stackbar ist. Das heißt, durch die Stun-Effekte, die wir auf den Gegner machen können, dadurch, dass jetzt auch das Monster stunnen kann, dauert ein Kampf länger, das heißt, wir können, wir haben mehr Zeit, unsere Stacks durch die erste Fähigkeit aufzubauen und wir werden immer tanky-mäßiger, machen zum Teil auch je nachdem, welchen Gargoyle wir spielen, auch mehr Schaden, deswegen dieser Stun-Effekt mit 30% Chance, finde ich sehr, sehr nice für die Gargoyles. Ansonsten, Fire und Dark bekommen außerdem noch auf Destructive Claws einen Pro für Einzug, ebenfalls ziemlich nice, meines Erachtens. Meines Erachtens sage ich ziemlich oft in diesem Video, fällt mir auf. Gargoyle Water finde ich in der Tat generell ziemlich schlecht und ich muss auch sagen, der Buff, der hier integriert ist, macht es nicht wirklich sehr viel besser und zwar war es ursprünglich so, wenn wir 30% leben oder weniger haben, wechseln wir in die Statueform und jetzt passiert es bei bereits schon 50%. Dennoch meines Erachtens nicht wirklich brauchbar. Ganz hingegen zum Wind-Gargoyle. Ich finde Wind und Light sind echt die zwei besten Gargoyles. Dark ist auch noch ganz nice, aber Wind vor allem ist ziemlich, ziemlich, ziemlich cool mit der zweiten fürs Provoken und dann mit der Passive, die einerseits Schaden reflektieren kann, der jetzt erhöht worden ist auf 25%. Und noch dazu war es so, dass wenn der Gargoyle mit einem Crit getroffen wird, dass er dann den Cooldown von seinen Fähigkeiten reduziert. Jetzt ist es so, dass der Cooldown reduziert wird, egal was für Hits es sind. Deswegen auch bei einem Non-Crit wird der Cooldown von den Fähigkeiten reduziert, was ich echt ziemlich nice finde. Deswegen da kann man wirklich auch ein ganz gutes Turncycling betreiben durch die zweite Fähigkeit mit Provoke, 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 dann sehr viel Defense gestackt durch die erste Fähigkeit, dann noch mit der Passive, die ja auch Schaden macht und wieder Damage reflektiert. Deswegen ist es ein ziemlich cooles Spielzeug, gefällt mir. Gargoyle Light, da ist es ebenfalls so, Passive wurde geändert und zwar war es dort auch so, dass wenn in Statuen, ich meine in Statuenform oder generell, ich meine sogar in Statuenform, aber hier steht es nur generell. Das heißt, wenn generell dieser Cooldown Increase eingetroffen ist, war es so, dass man, wie gesagt, ein Monster greift an und dann wird der Cooldown von dem Monster, was uns angegriffen hat, werden die Cooldowns erhöht. Und jetzt ist es so, dass wir das Cooldown Limit über das maximale Cooldown Limit auch pushen könnten. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich nehme jetzt mal irgendeine Monster, ich sage jetzt mal, Teos zweite Fähigkeit hat drei Züge Cooldown, ich weiß es gerade nicht auswendig, sage mal, es hätte drei Züge Cooldown und Theo macht die erste Fähigkeit, trifft uns und dann könnten wir die zweite Fähigkeit auf vier Züge Cooldown erhöhen, obwohl die Fähigkeit ursprünglich nur drei hat. Wenn, wie gesagt, es drei hat ursprünglich, ich weiß es nicht auswendig, aber damit ihr ungefähr versteht, was ich damit meine. dann kommen wir zu den Magical Archers und ich finde, das ist schon ein kleiner Lacherwert, muss ich gestehen, denn ich finde es absolut lustig, dass Comptors, ein Monster, was es seit Jahren nicht mehr gibt, wie soll ich sagen, bearbeitet, nämlich Femi. Femi gab es vor irgendwie drei, vier, fünf Jahren irgendwo in Korea bei irgendeiner Messe oder irgendwas meines Erachtens, ich weiß nicht mehr genau wo, auf jeden Fall Femi, das Monster, was jetzt auch gar nicht mehr bekommbar ist, bekommt einen Buff, also finde ich etwas komisch, aber ist okay. Deswegen Magical Archers Fire, Water, Dark bekommen ein Damage Increase von 10%, was ich ziemlich nice finde, Femi ebenfalls. Magical Archers Wind Passive und das finde ich sehr nice. Ich persönlich finde Adela sehr nice fürs Water und auch für Raid, weil sie eine Fähigkeit hat, die auf der Anzahl der Debuffs skaliert, plus die Passive, wo sie, wenn sie Leben verliert, Crit Damage bekommt. Deswegen Adela ist nur ein Three-Star Monster und kann echt fetten Schaden drücken und ist eine sehr geile Free-to-Play-Unit, selbst neben Crow. Und hier wird die Passive geändert, dass die Menge von Crit Damage, die man bekommt, aufgrund von dem verlorenen Leben, erhöht wird. Magical Archers Light bekommt einen Effekt auf Critical Arrow hinzugefügt, dass wenn diese Fähigkeit den Gegner nicht stunnt, dann bekommen wir einen Extra-Zug und dasselbe ist auch übrigens bei Femi der Fall. Ansonsten Magical Archers Dark und das ist ebenfalls meines Erachtens ein sehr starker Buff, ist Shadow Arrow von Bethany. Und zwar Bethany war vor 3-4 Jahren wirklich sehr bekannt in vor allem so Giants-Dragons-Speed-Teams, wo es noch nicht Twins gegeben hat und ähnliches, kein Crow und so weiter, wo Bethany als sehr starker Single-Taget-Damage-Dealer bekannt war. Das Problem bei ihr war immer, dass der Defense-Ignore relativ random war. Wenn der nicht getroffen hat, war sehr viel Damage weg und wenn er da war, hat sie gecrushed. Und jetzt kann man das ein bisschen beeinflussen, denn der Defense-Ignore wird von der Chance her erhöht um 15% für jeden harmvollen Effekt, also für jeden Debuff auf dem Ziel. Das heißt, wir stacken ganz viele Debuffs und damit haben wir eine viel höhere Chance, den Death-Ignore von Bethany zu bekommen. Es geht noch weiter und zwar fange ich jetzt kurz ein bisschen weiter unten an, deswegen der Wind-Iffrit bekommt meines Erachtens auch ein Buff, dass er statt dem Accuracy Lead von 41% bekommt er einen Attack-Speed Lead von 24% und der ist global. Das ist ziemlich gut für Arena Offensive, wenn man kein 33er Speed Lead hat. Deswegen Shime Tei gab es in Hall of Fuse vor 3-4 Jahren oder irgendwie sowas, ist meines Erachtens die beste Speed Lead Variante, wenn man kein 33er hat, abgesehen vielleicht von Jemaya, weil Speed Lead und fette AOE Damage, aber auch Single Target Damage, Attack by Absorb, geiles Monster. Amir könnte man jetzt dort auch spielen, hat den guten Attack-Speed Lead und außerdem hat er auch AOE-Fertigkeiten, die auch in einer Lucian Offensive wirklich von positiven Effekt sein können. Deswegen, wer keine Stimme Tei hat, wer eine Lucian Offensive bauen mag, keinen fetten Speed Lead hat, kann in der Tat Army hernehmen, der ist echt eine gute Variation, fände ich in diesem Team. Dann kommen wir zu einigen Änderungen zum Schluss zu den Awakening Effects, nämlich dem Panda Warrior Fire. Panda Warrior Fire hat irgendwie das Image, baut euch den nicht, der ist nur am Anfang gut und dann scheiße. Ich spiele auch im G3 Siege immer noch den Fire Panda gegen vor allem solche Devs wie zum Beispiel Sierra Lawrence als Deathbreaker, als teilweise ein bisschen Heiler, Revenger und ähnliches. Deswegen Fire Panda ist echt auch später im Game ziemlich gut, nicht nur für Raid und noch dazu jetzt mit der Abänderung nochmals besser, denn Call Mind wird gebufft und zwar anstatt einem Resistance, erhöhten Resistance Wert, wenn das Monster Awaked wird, ist jetzt so, dass die Fähigkeit, die ursprünglich sich selbst nur geklänzt hat, ist so, dass wir alle verbündeten Monster glänzen. Was natürlich vor allem für Raid ziemlich geil ist, wo wir ja meistens einen Cleanser spielen und somit den, sag mal, den Raid 5, das Raid 5 Beginnerteam mit dem Fire Panda, dem Defense Lead, viele Defense, Defense Break, Attack Break und so weiter, ist der Fire Panda echt ein gutes Monster und wie gesagt, auch später im Game, vor allem jetzt mit dem AOE Cleanse. Anubis Dark, finde ich, hat auch einen sehr schönen Buff bekommen, ist jetzt ähnlich wie Cadiz, nämlich, dass die, ich meine, es war die zweite Fähigkeit, wenn mich nicht alles täuscht, die ursprünglich eh schon sehr viel Schaden macht, ist so, dass er sich ursprünglich um 50% des Schadens geheilt hat und jetzt ist es so, wenn wir die zweite Fähigkeit von Dark Anubis machen, werden 30% von dem gesamten Schaden von der zweiten Fähigkeit auf alle verbündeten Monster einschließlich sich selbst geheilt, was ich echt ziemlich nice finde, vor allem so für Rift Dungeons, deswegen Branding Effect für Rift Dungeons, Single Target Damage, bisschen Semi-Heal, wirklich sehr nice. Anubis Wind und das war, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt jetzt vier Monster mit Oblivion, denn der Wind Anubis bekommt auf der zweiten Fähigkeit zusätzlich beim Awakening ein Oblivion Effekt für zwei Züge mit einer 50% Chance pro Hit. Mermaid Wind, das war, wo ich vorhin Mini-Segmath gesagt habe, wo die Chance mit diesem Defense Break und dem Cooldown Increase erhöht worden ist von 50 auf 80%, bekommt jetzt ein Awakening Effekt, dass wir 15% Attack Speed mehr haben, weshalb ich sage, man könnte es vielleicht in diversen RTA Kombi spielen oder auch Siege World GK, wir haben einen relativ guten Base Speed Wert, können die auf Swift bauen, basieren auf dem First und können versuchen, irgendein Monster sofort den Zwei-Züge Cooldown Increase reinzuklatschen, deswegen, dieser Buff unterstützt nochmal diese erhöhte harmful Effekt Rate, die ich vorhin schon genannt habe. Zu guter Letzt gibt es in der Tat noch einen sehr nennenswerten Buff, nämlich bei Dark Schimäre, die ursprünglich einen kompletten Crap Awakening Effekt hat, nämlich erstens Resistance und zweitens hat die Dark Camera eine Fähigkeit, wo wir eigentlich dauerhaft Immunity abhaben, deswegen ist Resistance voll useless. Zusätzlich ist wirklich das Monster sehr schwer zu bauen, wenn man es wirklich gescheit bauen möchte, es muss schnell sein, im besten Fall 100 Crit wegen der Passive, dann noch gescheit Leben und so weiter, ist echt schwer und das wird jetzt ein bisschen erleichtert, dadurch, dass wir jetzt beim Awakening Effekt 15% Crit bekommen, was in der Tat ein sehr starker Buff für das Monster ist. So viel zu dem Balancing Patch, relativ langes Video, aber ich glaube auch jetzt wirklich sehr viel zu erzählen. Generell, ja, wie gesagt, ich finde, dass die Beast Rider genervt worden sind, fand ich sehr gut, hier und da die Monkeys sind nicht schlecht, der Joker ist sehr interessant, der Rest ist so, ja, ich hätte mir was gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr in die Meta eingreift, aber ich denke, mehr als Beast Rider können wir in einem einzigen Balancing Patch von Comtours nicht erwarten, von daher, ich bin relativ zufrieden, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Balancing Patch haltet, ob ihr euch was anderes gewünscht habt, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut und ähnliches würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Vielen Dank für das Guckuckung, wir sehen uns am nächsten Stream oder am nächsten YouTube Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschau tschau.